Herzlich willkommen beim Smart Village Let's Be Smart auf der IMM Cologne 2020. Mein Name ist Stefan Künstler von der Firma IKI Biometric Systems aus Österreich und wir haben Fingerscanner mitgebracht und wir sind führender Hersteller für Biometric Zutrittskontrolle. Unser Fingerscanner kann in verschiedenen Formen und in verschiedenen Produkten eingebaut werden. Wir haben hier eine Vielzahl von Integrationen im Bereich der Sprechanlage, der Haustüre, der Türgriffe oder auch der Schalterindustrie. Somit kann das Produkt best in Ihr Haus integriert werden. Drei wichtige Punkte liegen uns besonders am Herzen. Das ist einmal zum Thema Sicherheit, dann das Gerät muss einfach sein von der Handhabung her und es muss kompatibel sein und damit integrativ ins Smart Home einbindbar. Dies möchte ich Ihnen jetzt demonstrieren. Wie Sie sehen, die Tür geht auf, das Licht geht an, das Smart Home. Uns findet man nicht immer nur vor der Türe, sondern auch im Haus. Mögliche Anwendungsbereiche sind Panikräume oder auch die Sicherung von wertvollen Gegenständen. Hier sehen Sie eine Integration in der Türe. Auf dem Let's Be Smart Stand haben wir die Kooperation mit der Firma Bifa und da ist der Fingerscanner schon ab Werk integriert. Auch das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Und schon geht die Tür auf. Die Steuereinheit zu dem ganzen System befindet sich hier platzsparend direkt in der Türe integriert. Die Kirche ist ein bisschen geboren. Die Kirche ist ein bisschen. Wir nutzen Sie nur ein bisschen. Und du kannst nicht einen kleinen Bara-Feder-Türe zusammen.